Ich beruhige mich, aber ich habe hier ein schönes T-Shirt. Obacht. Ist okay. Das gehört mir, das wollte ich euch nur zeigen. Also, ähm... Da wollte ich drauf zurückkommen. Also drauf kommen eigentlich. Ich verlose jetzt dieses T-Shirt mit den Autogrammen von diesen netten drei nüchternen Herren. Und ich habe mir gedacht, ich mache so ein kleines Quiz raus. Und zwar machen wir es aber so, bevor ich die Frage... Achtung! Was haben Sie jetzt mal alles getrunken gemacht? Also es ist gerade schwer, sich zu konzentrieren, aber Achtung! Ihr könnt dieses T-Shirt gewinnen. Das ist echt fantastisch. Also, dieses T-Shirt kann einer von euch gewinnen, wer mir folgende Frage beantwortet...